So, vor wenigen Minuten ist die Ansage gekommen, dass, also, wie wir schon dringesessen sind, an den Salat vorgebeten, wieder auszusteigen, weil der Trittwagen defekt ist und nicht weiterfahren kann und man sieht oft, dass der eben dunkel ist und so. Und jetzt wird eine Ersatzgarnitur praktisch bereitgestellt und ja. Ist es schon gesund? Muss dann aus dem Bild gehen, glaube ich, ihm wahrscheinlich. Oder sie schleppen den Zug jetzt mit dem, aber das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch gut sein. Mit 9 Minuten Verspätung wählst du unschließlich mit der Ersatzgarnitur Richtung Warn.